Oh! Zeig's mir doch! Ah, das war ein Plasma-Wurf! Das war definitiv ein Plasma-Wurf! Schauen wir erstmal mal, ob wir hier unten noch irgendwo einen haben. Also einen Gegner. Ach, das ist schon mal perfekt. Planen wir die wieder aus. Ich glaube das... ne, das könnte... das passt doch nicht. Da oben ist doch was. Oh, yay, für ICVMs, genau. Nuklear Launch detected. Technik, begeistert. Repariert? Er hätte noch weniger HP, oder? Äh, ja, die KI repariert. Das tut sie tatsächlich. Das ist ja fies... äh, wirft der mit Plasma? Ja, das... Der kann halt Plasma werfen. Und ich kann atomare Waffen werfen. Wobei sein Plasma natürlich ein bisschen mehr Schaden macht als meine Atomwaffen. was böse ist. Ah, da ist auch noch ein Dings kaputt gegangen. Ein Transporter. Herstellung begonnen. Herstellung abgeschlossen. Beleit. Miträder Beleit. Und flieg. Okay. Beleit. Er kommt wirklich. Beleit. 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 Und wie gesagt, ja, die KI repariert. Beleit. Was ja auch total sinnvoll ist. Ähm. Mein Waffen sollte es ist auch nicht drin. Beleit. 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 Weil der Transporte nicht so weit fliegen müsse. Hat nicht so gut funktioniert. Ok. Ist nix. Perfekt. Dann suchen wir uns mal die Restlinke. Ja klar. Hab da gar ein entsprechendes Fahrzeuggebäude gesehen. Das Reparatur ist da. Ne Gebäude kannst du tatsächlich nicht per Fahrzeug reparieren. Sondern nur per Reparatur. Das heißt, du musst draufklicken und dann sagen repariere dich. Ah, I see you everywhere we get here. Ja gut. Feuerwerk aktiviert. So, da drauf. Und da drauf. Leider habe ich seine Energieversorgung nicht gefunden, deswegen müssen wir es so machen. Und so kann er dann hoffentlich keine weiteren Einheiten bauen, egal wie viel Geld er sammelt, das ist doch auch schon ganz gut. Ja ne, welches die da stand? Achso, wie er die repariert hat, das hat mich irritiert. Ja das stimmt. Wahrscheinlich hat es die einfach nur nicht getroffen. Oder so. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Sein Kraftwerk, wobei hier auf der Karte, hier sieht man, ich habe sein Kraftwerk getroffen. So eines der Kraftwerke. Herstellung abgeschlossen. Aber er hat noch ein zweites. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Und hier ist auch noch irgendwas. Was? Ah, ein Minifeld. Also ein Rohstofffeld. Kraftwerk, Kraftwerk. Ja, der letzte Hubschrauber hat es nicht. Wir hätten nicht mit einem weniger kommen dürfen. Herstellung abgeschlossen. Jetzt sieht man auch, hier ist das etwas schwieriger mit dem... Herstellung abgeschlossen. Mit dem Verarbeiten, äh, die Raffinerie macht nur noch Puff, 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 statt Puff, 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 Puff. Er hat keine Energie mehr. Doch, doch, du hattest eigentlich auf ca. 20% runter und er hat es selbst repariert und es ist wieder mitgefallen. Das ist leider nicht unter 100% runter. Okay. Herstellung begonnen. Energie aus. Energie an. Herstellung abgeschlossen. Reparatur begonnen. Vielleicht... Stützpunkt an. Ja, das war ein Plasmaangriff. Reparatur begonnen. Herstellung begonnen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir es auch einfach nicht mitbekommen, wie es passiert ist. Oder die KI sheetet. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Ja, das bPerfect. Bכ menos. Das bin ich schon ihr você playing! Geht euch mal zurück. wenn du BRB sein musst, sei BRB. Ich bin dir da nicht böse. So lange, dass du hier auf den Affiliate klickst und so viele Waschmaschinen kaufst, wie du tragen kannst. Herstellung abgeschlossen. So. Ich hätte gerne jetzt so langsam das Ding hier... Oh Gott, ich baue ja noch zu viel. Die mache ich mal aus, weil das Ding hier ist echt wichtiger. Um mehr Geld zu bekommen. So. Können wir schon mal hin, die waren hier Türchen kaputt. Das ist dann die Vorbereitung zur Übernahme. Ich hoffe, dass das Ding hier kaputt geht. Ja, jetzt hat er zumindest schon mal eins kaputt. Sammeln. Aber genau deswegen haben wir ein zweites Hauptgebäude gebaut, weil ich mir schon dachte, dass er mir das erste kaputt macht. Herstellung abgeschlossen. Kommst da oben hin. Ich habe doch sicherlich wieder sowas Feines hier. Ich habe doch sicherlich wieder sowas Feines hier. wo der jetzt nach oben hinfliegt. Oh, der jetzt nach oben hinfliegt. Aber besser als überhaupt keine zu werfen, oder so. Okay. Bereit. Bereit. Bexin. Herstellung begonnen. Davon würde ich jetzt auch noch mal ein paar haben. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. Du darfst da stehen. Du darfst da auch stehen. Und ICBMs für einzelne Einheiten ist immer angemessen. Gut, dass du das sagst. So, dann brauchen wir nämlich... Energie einfach. Dann bauen wir die noch fix zu Ende. Herstellung abgeschlossen. Ihr seid vielleicht auch bis nichts überzugeben hier. Herstellung begonnen. Herstellung begonnen. Herstellung begonnen. Dann holen wir uns da oben. Herstellung abgeschlossen. Herstellung abgeschlossen. So, jetzt bin ich auf dem Loch. Die parken wir mal da. Und nochmal neu. Nein, 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 nein. Ich wollte die hier mit. Jetzt haben wir halt noch mehr Transport. Herstellung abgeflossen, Herstellung abgeflossen, Herstellung abgeflossen. Du kannst da hinfliegen, du kannst hier hinfliegen. Und abgesehen von den Einheiten, da hoffe ich jetzt einfach, dass keiner mehr da ist. Und dafür sollte der einzelne Rubschrauber hier hoffentlich ausreichen. Der Stützpunkt wird angegriffen. Nein, mein Hauptgebäude. Zum Glück habe ich gerade noch eins gebaut. Glück gehabt. Hier stellen wir mal da oben hoch. Da hat er natürlich wirklich die Mühle rumliegen und angegriffen. Ich habe das jetzt mal angegriffen. Hier sollte da nicht sein. Hier sollte da nicht sein. Woher kommt ihr da her? Und warum seid ihr da? Ja, bleib euch hinten stehen und warte, bis du erschossen bist. Ich habe das schon immer superkupackladen. Das ist ja... Der übliche Skript-Zwoller aus dem Nichts. Ja, Earth Never Changes. Ja. Genau das. Earth Never Changes. So, der kommt da runter. Dann bauen wir den Kram da. Ein weiteres Hauptgebäude, das stellen wir weiter da unten. Das stellen wir einfach. Ganz dreist jung. Die Herstellung abgeflossen. So. Bam, 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 bam. Er eskortiert da einfach mal. Du reparierst. Haben wir hier im großen Nichts noch irgendwas? Einzelfdruppen auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch der Weg, den ich hätte nehmen müssen, um da hinten hinzukommen oder so. Suchen wir jetzt erst mal seine Basis. Bingo! Jetzt wissen wir ja, irgendwie da was kommt. In einiger Zeit. So. Ja, du brauchst noch... Stützpunkt wird angegriffen. Stützpunkt wird angegriffen. Stützpunkt wird angegriffen. Da hat er mir mal der... Stützpunkt wird angegriffen. Atombock. Der ist wirklich gut gebraucht. Nee, 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 nee. Stützpunkt wird angegriffen. Stützpunkt wird angegriffen. Stützpunkt wird angegriffen. Das Flugding hat mich auch kaputt gemacht, ja. Das hat er mir gar nicht gemacht. Jetzt baue ich zweites. Na gut, baue ich ja alles. Ähm, Kontrollzeit rum. Das ist mein Forschungszentrum. Das könnte vielleicht im Grunde sein. Mein Kopf, eingreifen. Ich hoffe nur nicht, dass ich die Forschung davon vorgestellt habe. Das ist mir jetzt schmerzlich. Ja, das Fliegding hat er mir auch kaputt gemacht. Stützpunkt wird angeblühten. Ja, jetzt kann ich auch das mal ein Ding bauen. Endlich ist dieses Böde-Ding weg. Das war ja nervig. Bauen wir die mal wieder auf. Ja, ich muss jetzt noch warten. Aber ich habe ja was weggeputzt, das ist schon mal schön. Ja, der hat aber immer noch Energie. Muss ich ja eigentlich mal minus übernehmen. Na, nicht steuern. Bisschen.